Als kleiner Junge habe ich gerne Indianergeschichten gelesen und man kann schon sagen, dass ich irgendwo sowas wie ein Pfadfinder bin. Auch wenn ich immer den gleichen Pfad finde. So war's hier nie. Jetzt ist es hier so. Irgendeiner hat Ingwer ermordet. Es geht das Gerücht, dass Ingwer und ein Kumpel Finn dem Grafen der Packung Koks gestohlen haben. Dem Grafen? Er und die Serben teilen den Markt unter sich auf. Gut, den bringe ich um. Vergiss es, Nils. Mein Vater muss auch Rache nehmen für seinen Sohn. Du könntest nie jemanden töten. Ich muss es jedenfalls versuchen. Für einen Schweden bist du ein Integrationserfolg. Fuck! Du hast bewiesen, dass man es zu etwas bringen kann, selbst wenn man kein Norweger ist. Wir brauchen Leute wie dich hier. Vollintegrierte Einwanderer. Nicht angeschnallt. Wäre aber besser. Einwanderer ist positiv gemeint. In dem Zusammenhang. Drei Männer können verdammt nochmal nicht verschwinden, ohne dass jemand sie verschwinden lässt. Die scheiß Albaner sind's. Die Serben, Chef. Wir müssen lernen, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Der Graf, das ist kein einfacher. Um den zu erledigen, hast du ein Hitman? Es gibt jemanden, der heißt der Chinese. Es ist bestimmt kalt hier für einen Chinesen. Ich bin Däne. Jetzt ist Krieg. Riecht schwer nach Gangsterkrieg. Wenn norwegische Kinder einfach verschwinden, dann gibt's immer diese nervigen, immer besaugten Eltern, die unbedingt nach ihnen suchen müssen. Das ist der ZDF-30-Härie oder was?